Anti-Aging. Auch im Alter fit und aktiv das Leben genießen durch Biotrik. Biotrik verlangsamt den Alterungsprozess und wirkt bestehenden Alterserscheinungen entgegen. Sie können Ihren Lebensabend und Ihre Freizeit länger genießen. So bleiben Sie fit für diverse Ausflüge mit Ihren Enkeln und Freunden. Auswahl an Wirkungen, Aktivität wieder gewinnen. Mehr Elan für den Tag. Das mentale und körperliche Vermögen verbessern. Bessere Immunfunktionen. Entgiftung und Entschlärkung. Zahlreiche weitere Anti-Aging-Effekte. Gesundheit im Alter wird immer wichtiger durch die wachsende Lebenserwartung. Medizinische Fortschritte und Erfindungen führen dazu, dass Menschen immer älter werden. Zunehmend muss man sich fragen, nicht, ob, sondern, wie, man den Lebensabend erlebt. Wer seinen Lebensabend nicht unter ständiger Betreuung verbringen möchte, muss sich rechtzeitig bemühen, fit und aktiv zu bleiben. Zunehmend muss man sich fragen, nicht, ob, sondern, wie, man den Lebensabend erlebt. Zunehmend muss man sich fragen, nicht, ob, sondern, wie, man den Lebensabend erlebt hat. Bioterik und Stress In der heutigen Zeit ist die persönliche Gesundheitspflege wichtiger, Daniel. Bioterik kann eine wichtige Stütze für Ihre Gesundheit sein, denn sie hilft den Auswirkungen des unnatürlichen, modernen Lebensstills entgegenzuwirken, denen wir tagtäglich ausgesetzt sind. Tagtäglich belasten und schwächen unzählige Stressfaktoren unsere Gesundheit. Dies wäre nicht weiter schlimm, wenn wir einen entsprechenden Hohenausgleich hätten, um sich von diesen Stressoren ausreichend erholen zu können. Doch genau daran mangelt es in unserer hektischen Leistungsgesellschaft und Lebensweise. Steigende Arbeitsbelastung, mehr Verpflichtungen und Verantwortung, und immer weniger Zeit für sich, um zur Ruhe zu kommen. Hinzu kommt die häufig ungesunde Lebensweise. Anstatt in der Freizeit abzuschalten und sich zu erholen, dominieren hier Stressreize wie übertriebene, leistungsbezogene, Sportaktivitäten, übermäßiges Fernsehen, Party machen bis tief in die Nacht, Konsum von Alkohol, Zigaretten und anderen Drogen, schwindende soziale Kontakte, etc. Es ist nur die Frage der Zeit, bis die Auswirkungen dieses Lebens auf Hochtouren gesundheitliche Spuren hinterlassen. Wie Maschinen verschleißen auch wir Menschen schneller. Unsere Energiereserven sind chronisch leer, wir altern schneller, vielfältige körperliche und seelische Beschwerden oder Erkrankungen sind die Folge. Schon längst kann das Gesundheitssystem die steigende Erkrankungszahl nicht stemmen. Es steht nicht genügend Budget zur Verfügung, um eine optimale Heilung zu gewährleisten. Die Beiträge steigen, während die Kassenleistungen stetig sinken. Tatsächlich weist eine frühzeitige Gesundheitserhaltung neben der oben beschriebenen Problematik noch weitere wesentliche Vorteile. Vorbeugung und eigenverantwortliche Krankheitsbehandlung wird zunehmend wichtiger. Gar nicht erst krank werden ist gesundheitlich und finanziell eindeutig die günstigere Wahl. Mit Bioterik können Sie lang anhaltend gesund bleiben bis ins hohe Lebensalter. Musik 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 Ich bin erschreckend. Haben Sie es alleine geschrieben? Ja. Ich bin erschreckend.